Ich will nur sagen, dass ich dich wirklich um dein Leben beneide. Ich beneide dich um deins. Ich wünschte, ich hätte dein Leben. Die Autoren von Hangover und der Hochzeitscrasher-Regisseur. Die ideale Kombi für eine gute erwachsene Komödie. Ich bin Mitch. Ich bin Dave. Irgendwie haben wir den Körper getauscht. Oh mein Gott! Es ist großartig. Wir leben in einer Welt, in der fantastische Dinge passieren. Was hast du getan? Was ich? Denkst du, ich will so sein wie du? Er hat gesagt, ich will so wie du sein. Ein Mann im Leben eines anderen ist wie ein Fuchs im Hühnerbau. Zum ersten Mal in deinem Leben siehst du richtig gut aus, du bist Single. Das, was uns passiert ist, das ist verrückt. Doch noch verrückter wäre es, es nicht auszunutzen. Kennen wir uns? Sekunde, ihr solltet mal ausgehen. Was? Also, das Wetter, der Verkehr, der Verkehr war einfach... Ich hab ein ganz taubes Gesicht. Sofort nach ihrem Körpertausch wird ihnen bewusst, dass sie wichtige Dinge erledigen müssen, aber nicht selbst können. Also muss jeder den Job des anderen übernehmen. Perfekte Anwälte spiele ich im Schlaf. Wir sind alle sehr reich. Alle hier im Raum sind sehr reich. Dann feiern wir die Party einfach weiter mit Sushi und ein paar Gläsern Sake. Der Schnurrbart hier zahlt und zum Nachtisch gibt's ein bisschen Karaoke. Nach dem Körpertausch werde ich zu diesem Faulenzer-Typen. Er ist der Beste, ehrlich gesagt. Ich meine, er ist ein brillanter Anwalt. Einspruch! Oh mein Gott! Als Dave in Mitch's Körper zu diesem Filmset fährt, wird ihm schnell klar, dass hier kein normaler Film gedreht wird. Es ist kein normaler Film. Oh, sieh mal an. Das sieht lustig aus. Die Crew wartet am Set auf dich. Wie gehen die beiden Freunde jetzt miteinander um? Du bist ein hirnamputierter Maulesel, der sich in der Wüste verlaufen hat. Hilflos und dumm, mit einem ständigen Bedürfnis nach Führung. Ergreife nie die Initiative. Tu nie irgendwas auf eigene Faust und weiche niemals vom Plan ab. Wieso? Weil du ein hirnamputierter Maulesel bist, der sich in der verflixten Wüste verlaufen hat. Erst wollen sie das Leben des anderen und dann soll alles nur Spaß gewesen sein. Man sieht, wie gegensätzlich sie sind und welchen Schaden es anrichtet, wenn man das Leben eines anderen führt. Und sei es nur für kurze Zeit. Hüte dich vor deinen Wünschen. Meine Ehe zerbricht, mein Job steht auf der Kippe. Du wirst ab sofort der bestmögliche Dave sein, der du sein kannst. Dave, du verstehst das nicht. Ich kann das nicht tun. Ich mache das für eine einzige Stunde. Das ist mir egal. Wir gehen der Frage auf den Grund, was eine Freundschaft aushält, wenn man überraschende Dinge aus dem Privatleben desjenigen erfährt, den man gut zu kennen glaubte. Was sag ich Jamie? Wenn sie heute Nacht mit mir schlafen will. Du wirst nicht mit meiner Frau schlafen, Mitch. Wenn sie wie ein Hurricane über mich herfällt, wie soll ich dem widerstehen? Welcher Tag ist heute? Ist heute Dienstag? Ja, weißt du was? Dann ist es kein Thema. Was soll das bedeuten? Habt ihr dienstags keinen Sex? Ich werde sie sowas von rannehmen. Du meine Güte. Ich vertrag das thailändische Essen einfach nicht. Oh mein Gott. Der Film handelt davon, wie sie versuchen, sich durch das Leben des anderen zu manövrieren. Ich kann diesen Scheiß nicht mehr machen. Hör auf zu heulen. Es reicht. Halt die Klappe. Ich kann dich ja hören. Die Idee ist vielleicht nicht neu, aber das Publikum liebt sie und wir entwickeln sie weiter. Nein, 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 nein. Komm mit dem Ding nicht so dicht an mich ran, ja? Kommt hier mit einem Stinkehintern an. Ich mochte besonders die Botschaft des Films, dass man beides, Familie und Spaß haben kann. Damit kann jeder etwas anfangen. Hey, Zuckermäulchen. Hi, Daddy. Hey. Oh, das ist meine kleine frühreife Tochter. Sowas sage ich nicht zu ihr. Doch, tut. Es ist toll, richtig Gas geben zu können. Es hat Spaß gemacht, zu sehen, wie man das Konzept des Körpertauschs mal etwas gewagter umsetzt. Wir tun das auf sehr angriffslustige Art. Nicolette Peters schubst mich. Wir müssen einfach weiter eine verbale Lösung anstreben. Also zuerst einmal, wenn jemand mit einem Messer auf dich losgeht, dann wirst du seine ganze Familie unter die Erde bringen. Das ist Gefängnishofgerechtigkeit. Wie fährst du mit einem Mais? Wie ausgewechselt. Eine Frage, wie lange bist du da unten schon rasiert? So sieht er zweieinhalb Zentimeter länger aus und verheiratete Kerle lassen sich zubuchern. Ich hab Sommersprossen an meinem Sack, wie abgefahren ist das denn? Ab 13. Oktober im Kino.